Herzlich willkommen bei Transfermarkt TV am Donnerstag. Wir sprechen heute ganz groß in unserer Sendung über den VfB Stuttgart. Denn da droht der Ausverkauf. Es gibt eine ganze Handvoll Spieler, die als mögliche Abgänge gehandelt werden. Später dazu mehr, genauso wie zu einem Ex-Stuttgarter Sven Ulreich. Denn wir haben ja wochenlang über die Torwartposition beim FC Bayern gesprochen. Nun könnte die Lösung aus den eigenen Reihen kommen. Das zumindest verraten aktuelle Berichte. Dazu, wie gesagt, später mehr in der Gerüchteküche. Wir starten aber erst einmal mit unserem Ticker, also mit allen fixen Deals. Und schauen da zuerst nach Niedersachsen. Genauer gesagt zum VfL Wolfsburg. Denn da hat man mal eben den Königstransfer dieses Sommers eingetütet. Es ist ein Spieler, an dem man schon sehr, sehr lange Zeit interessiert war. Das hat man auch in der Pressemitteilung noch einmal unterstrichen. Jetzt ist er da. Lovro Meier, der 25-jährige zentrale Mittelfeldmann, kostet richtig satte Ablösesumme. In manchen Medien war von 25, in anderen sogar von 30 Millionen Euro die Rede. Der Kroate kommt von Startrennen und ist der drittteuerste Transfer der Vereinsgeschichte der Wölfe. Nur Julian Draxler und André Schürrle waren in der Historie teurer. Kölns Verteidiger Nikola Soldo wechselt zum 1. FC Kaiserslautern vorerst auf Leihbasis. Zuvor hatte es ja Kritik von Trainer Steffen Baumgart gegeben. Der sagte, ja, wir haben eigentlich fünf Innenverteidiger im Kader, aber nur drei haben das Potenzial, Bundesliga zu spielen. Nun also der Abgang des 22-jährigen Innenverteidigers, der sich bei dem Deal wohl auch mit seinem Vater abgesprochen hat. Der frühere Bundesliga-Trainer und Spieler Zwonimir Soldo soll seinem Sohn gesagt haben, ja, geh mal zum 1. FC Kaiserslautern, da ist jede Menge los. Das Ex-Bayern-Profi Renato Sanchez wechselt per Laie zur AS Rom und das ganz kurz nachdem schon sein alter und auch neuer Teamkollege Leandro Paredes vom PSG zur Roma gewechselt war. Und vor einem Jahr gab es ja auch schon einen Deal zwischen den beiden Klubs. Da ist ja Gini Wijnaldum aus Paris in die italienische Hauptstadt gewechselt. Für Sanchez gibt es im nächsten Sommer eine Kaufoption über 15 Millionen Euro. Bei 60 Prozent Pflichtspieleinsätzen wird die Kaufoption zur Kaufpflicht und schon jetzt zahlt die Roma eine Million Euro Leihgebühr. Ein echter Hingucker-Deal ist in Italien über die Bühne gegangen. Marco Anautovic kehrt zu Inter Mailand zurück. Zunächst erst einmal per Laie in Italien. Nicht ganz ungewöhnlich, also vorerst mal kein fester Transfer, aber es gibt auch hier eine Kaufoption, die im nächsten Sommer zur Kaufpflicht werden kann. Und wir erinnern uns zurück 2009, 2010 in der Triple-Saison von Inter. Da war der Österreicher schon im Kader, hatte damals aber nur drei Pflichtspieleinsätze. Also jetzt wird es für den Ex-Profi von FC Bologna ein Wiedersehen und mutmaßlich dann auch eine etwas einsatzzeitreichere Zeit bei Inter. Und wir bleiben thematisch in Italien und schauen auf Champions-League-Teilnehmer Lazio Rom. Dort forciert man ja einen Transfer-Doppelpack von Juventus Turin. Also man möchte gleich zwei Spieler der alten Dame verpflichten. Einer, der ist noch ein bisschen am Hängen, der ist noch nicht als fix zu verzeichnen, aber dafür kommt dieser junge Mann. Es handelt sich um Nicolo Rovella. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wird erst einmal für zwei Jahre ausgeliehen. Dann greift eine Kaupppflicht in Höhe von 17 Millionen Euro. Und laut Gianluca Di Maceo soll ganz zeitnah auch Luca Pellegrini von Juve kommen. Der Außenverteidiger ist ja auch in der Bundesliga kein Unbekannter. Spielte bei Eintracht Frankfurt in der Vorsaison. Und sehr, sehr viel passiert in der Serie A. Unter anderem geht auch Charles de Ketteler von Milan zu Atalanta Bergamo. Der 22-jährige offensive Mittelfeldmann wird geliehen. Drei Millionen Euro Leihgebühr. Und im nächsten Sommer gibt es auch hier eine Kaufoption. Die soll bei 22 Millionen Euro liegen. Immer wieder wurde verschiedenen Bundesliga-Klubs Interesse an Chuba Akpom nachgesagt. Nun geht der aber zu Ajax Amsterdam. Der 27-jährige Mittelstürmer ist der zweitteuerste Ajax-Transfer dieses Sommers. Knapp über 12 Millionen Euro liegt die Basisablöse. In der vorigen Saison war er ja Championship-Torschützenkönig mit 28 Toren in 38 Spielen. Der FC Basel leiht das Talent Yusuf Demir von Galatasaray. Der Klub des deutschen Trinas Timo Schulz soll auch eine Kaufoption für den Österreicher haben. Der mittlerweile 20-jährige Offensivmann Demir war ja auch zeitweise beim FC Barcelona und galt als wirklich sehr, sehr großes Talent. Mal schauen, wie er sich in Basel entfaltet. Und noch eine schöne Meldung für alle Fußball-Romantiker. Santi Casola, mittlerweile 38 Jahre alt, kehrt zu seinem Jugendklub Real Oviedo zurück. Und das für einen Mindestlohn. Der beträgt in La Liga 2 in Spanien 77.500 Euro pro Saison. Und das war dem Spieler wohl ganz besonders wichtig. Das hat er nochmal doppelt und dreifach unterstrichen. Er ist also 20 Jahre nach seinem Abgang zurück an alter Wirkungsstätte. Zuletzt kickte er beim Al-Sat-SC in Katar. Also wieder jede Menge los in der Welt der Transfers. Und gleich in unserer Gerüchteküche haben wir auch nochmal einen ganzen Schwung an Namen für euch. Wir ziehen so ungefähr zwei Wochen vor Ende des Transferfensters trotzdem nochmal eine kurze Zwischenbilanz. Wir wollen mal auf eine Top-11 schauen, die wir aus unserer Datenbank gefischt haben. Die teuersten Transfers dieses Sommers bis heute werden mutmaßlich ja noch ein paar hinzukommen zu dieser Elf. Die hat es jetzt aber schon stark in sich. Andre Onana ist der teuerste Torwart des Sommers und in der Verteidigung dann dreimal Bundesliga-Bezug. Ein Zugang mit Min Jae Kim und Guardiol und Hernandez haben die Bundesliga verlassen. Die Premier League insgesamt schon sehr dominant bei dieser Elf. Kaicedo und Declan Rice, beides dreistellige Millionensummen. Davor Bellingham, Neymar und Havertz. Und ganz vorne dann Rasmus Heulund von Manchester United hat sich ja direkt mal verletzt. Und Harry Kane, der bisher erste und einzige 100-Millionen-Transfer des FC Bayern und der Bundesliga. Wir zählen also 400 Millionen Transfers allein in diesem Sommer. Und Neymar und Guardiol, die können ja angeblich auch noch auf diese Summe heranwachsen durch Bonuszahlungen. Also ziemlich viel los auf dem Transfermarkt. Insgesamt 913,1 Millionen Euro, die ablösen, die für diese Elf gezahlt wurden. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Kommt noch jemand hinzu, der hier in diese Elf reinstößt? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Und das gilt natürlich auch für all unsere anderen Themen in dieser Sendung. Vor allem für unsere Gerüchteküche. Und da widmen wir uns zunächst einmal einem Bundesliga-Klub, der in der Vorsaison in der Relegation die Klasse halten konnte. Und jetzt aktuell so ein bisschen vor dem Wegweiser-Schild steht. Wo geht es hin für den VfB Stuttgart? Stuttgart, es droht eine echte Abgangswelle. Viele, viele Gerüchte über mögliche Spieler, die den Verein verlassen könnten, sind bei uns in der Gerüchteküche. Und wir wollen sie alle einmal ein bisschen aufrollen. Es geht unter anderem um diese beiden Verteidiger. Konstantinos Mavropanos, der wird nämlich mit West Ham United in Verbindung gebracht. Und bei Borna Sosa gibt es auch Interessenten. Aktuell ganz heiß den FC Sevilla. Schauen wir mal ein bisschen drauf. Bei Mavropanos, da scheint es wirklich relativ handfest zu werden. Über einstimmenden Medienberichten zufolge ist West Ham gewillt, eine ordentliche Ablösesumme zu zahlen. Der Kicker berichtet von 18 Millionen Euro plus. Und beim VfB Stuttgart, da gilt wohl ein ganz besonderes Credo. Das geht auch aus den Medien hervor. Wir müssen nicht verkaufen, aber bei ordentlichen Summen würden wir verkaufen. Gilt wohl für Mavropanos genauso wie für Borna Sosa. Hier berichtet Fabrizio Romano, dass es fortgeschrittene Gespräche sogar schon mit dem FC Sevilla gäbe, wo wohl Ersatz für Marcos Acuna gesucht wird, den argentinischen Weltmeister, der mit Eston Villa in Verbindung gebracht wird. Also eine kleine Transferkettenreaktion. Hier muss man nochmal abwarten, wie es mit den Ablöseforderungen aussieht und ob man beim FC Sevilla und beim VfB Stuttgart dann übereinkommt. Ja, auch über einen möglichen Ersatz, zum Beispiel für Konstantinos Mavropanos, wird diskutiert. In der Transfermarkt-Gerüchteküche taucht als Ergänzung für die Defensive der Name Bashir Humphreys auf. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger kommt ja aus dem Nachwuchs des FC Chelsea und war zuletzt an den SC Paderborn verliehen. Es könnte also vielleicht sogar per Leihbasis erneut nach Deutschland gehen. Bei den Ostwestfalen hat er eine ordentliche Duftmarke hinterlassen. Vielleicht wäre der VfB genau die richtige nächste Station für Bashir Humphreys. Ja, aber das war es dann noch nicht. Denn auch ein weiterer Profi des VfB wird mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht. Wataru Endo wurde gerade erst als Kapitän des VfB bestätigt. Nun gibt es großes Interesse über einstimmenden Medienberichten zufolge am japanischen Nationalspieler, und zwar von FC Liverpool und Jürgen Klopp. Die Gespräche mit dem 30-Jährigen sollen auch hier weit fortgeschritten sein. So heißt es. Angeblich steht auch schon ein Medizin-Check an. Also hier könnte man heute, morgen oder in den nächsten Tagen mit einer Meldung rechnen, dass das Ganze in trockenen Tüchern ist. Ablösesummentechnisch wird hier ein bisschen was in den Raum geworfen, was variiert. 18 Millionen Euro wird unter anderem geschrieben. Der Kicker schreibt von 20 plus 5. Das wäre schon mal ein ganz schönes Brett. Und würde sich beim VfB auch relativ weit oben einordnen in der Historie der teuersten Abgänge. Da werfen wir mal einen Blick drauf. Der teuerste bisher ist Benjamin Pavard zum FC Bayern. 35 Millionen. Ebenfalls zum FC Bayern gegen Mario Gomez. Und Wataru Endo würde, wenn man denn von 20 plus 5 ausgeht, auf Rang 3 landen. Und ich hatte es eingangs mal gesagt. Wir würden gerne die Spieler halten, aber wir verkaufen auch bei einem ordentlichen Preis. Und ich glaube für einen 30-Jährigen defensiven Mittelfeldspieler 25 Millionen. Das ist doch auf jeden Fall eine Einnahme, mit der man leben kann. Und natürlich auch zu unserem Schwaben-Blog. Zu diesem Haufen Gerüchte rund um den VfB Stuttgart ist eure Meinung gefragt. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wir haben auch noch einen kleinen Zusatz. Denn Wataru Endo, der wird mit Liverpool in Verbindung gebracht. Und das Mittelfeld des FC Liverpool ist aktuell ein Riesenthema auf dem Transfermarkt. Vor allen Dingen, seit sich Moises Caicedo für den FC Chelsea entschieden hat. Und da häufen sich die Alternativen bei uns in der Gerüchteküche. Und wir haben dann gleich tatsächlich noch zwei Namen, die mit den Reds in Verbindung gebracht werden. Der erste, das ist Sofjan Amrabat, der offensichtlich das Interesse von Jürgen Klopp geweckt hat. Sky berichtet, und zwar Sky Italia. Dass die Verantwortlichen schon Gespräche führen wegen Amrabat. Der 26-Jährige steht beim Serie A-Club Florenz noch bis 2024 unter Vertrag. Und er wurde auch zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht. Aber der Bedarf ist groß bei Liverpool. Und deswegen könnte man hier ernst machen. Ein weiterer Profi, um den sich der Klub verstärkt bemühen soll, ist Chaik Doucouré von Crystal Palace. Das melden der Independent und die Daily Mail. Der mögliche Preis variiert sehr stark in den Berichten. Zwischen 60 und 70 Millionen Pfund oder auch noch ein bisschen mehr wird dort geschrieben. Und Doucouré soll diesen Berichten zufolge auch als eine der realistischsten Optionen gelten. Auch weil er sich selber wohl einen Wechsel gut vorstellen kann. Übrigens werden auch noch weitere Kandidaten lose genannt. Unter anderem Joao Palinia vom FC Fulham und Kefren Thüram von OGC Nizza. Bis vor ein paar Tagen stand ja auch er hier bei Liverpool auf der Liste, Romeo Lavia. Aber wir hatten es am Dienstag schon berichtet, die Anzeichen verdichten sich von Tag zu Tag, dass auch er zum FC Chelsea geht. Ganz genauso wie Moises Caicedo. Der FC Southampton hat wohl sich mit Chelsea schon vor ein paar Tagen geeinigt. 50 bis 60 Millionen Pfund, also so um die 60 Millionen Euro sollen da im Raum stehen. Lavia dürfte also in Kürze zum teuersten U20-Mittelfeldspieler der Welt aufsteigen. Und wie schon mehrfach jetzt in dieser Sendung angesprochen, Liverpool braucht dann andere kreative Lösungen fürs Mittelfeld. Bei Union Berlin, da ist ordentlich was los. 10 feststehende Zugänge. Weitere sind in der Pipeline. Da müssen natürlich auch Spieler abgegeben werden. Und da gibt es auch gleich ein Doppelgerücht. Die Eisernen verlassen könnten angesichts des Gedränges im Kader. Aissa Laidouni und Jordan. Das berichtet die Bild. Der Mittelfeldspieler Laidouni, der soll in der Saudi Pro League heiß umworben sein. Der 26-Jährige wird angeblich von Al-Shabaab FC und Al-Ali umworben. Das soll das Blatt aus Frankreich erfahren haben. Laidouni soll nach der WM in Katar in der arabischen Fußballwelt einen guten Ruf genießen. Und er könnte nach einem halben Jahr bei Union schon wieder gehen. Mittelstürmer Jordan ließen sich die Unioner verantwortlichen vor einem Jahr 6 Millionen Euro kosten. Der 27-jährige US-Amerikaner kam für diese Summe von den Young Boys Bern. Fünf Tore und drei Vorlagen in 43 Partien stehen zu Buche. Wie zuerst die Rheinische Post und später auch der Berliner Kurier vermeldeten, ist Jordan jetzt offenbar auf dem Sprung zu Borussia Mönchengladbach. Höchstwahrscheinlich geht es vorerst um eine Laie. Und bei Gladbach würde er auf seinen Ex-Trainer aus IB-Zeiten treffen. Unter Gerardo Ceuane hatte er 45 Mal gespielt und 15 Mal getroffen. Ein spannender Bericht der BILD. Und zwar soll sich die Torwartstrategie bei den Bayern einmal komplett geändert haben. Was haben wir berichtet in den vergangenen Wochen? Über große Namen, über sozusagen 1A-Lösungen im Tor. Also Profis, die erst Manuel Neuer ersetzen sollen und dann als Nummer 2 eingeplant werden. Jetzt könnte aber er hier, Sven Ulreich, die interne Lösung werden. Denn die BILD berichtet, dass sich der Sportausschuss der Münchner, die ja aktuell im Team die Transfers angehen, sich geeinigt hat. Es soll ein Ersatz für Sven Ulreich, also eine potenzielle Nummer 3, geholt werden. Bis Manuel Neuer wieder ganz fit ist, wird dann also auf Sven Ulreich vertraut. Und demnach sind die Klub-Granten aktuell mit den Leistungen der Nummer 2 zu 100% zufrieden. Und man vertraut Sven Ulreich. Wenn wir mal ehrlich sind, ist er ja auch eine der großen Konstanten im Kader des FC Bayern. Und eine sehr, sehr zuverlässige Nummer 2. Und ein Name, der genannt wird, unter anderem von Transfer-Experte Gianluca Di Marcio, das ist Daniel Perez von Maccabi Tel Aviv. Der könnte also zum FC Bayern wechseln als erst einmal Nummer 2 hinter Sven Ulreich und dann später wahrscheinlich Nummer 3. Der 23 Jahre alte Nationalspieler Israels hat einen deutschen Pass und er wäre angesichts seines 2024 auslaufenden Vertrages wohl im Quervergleich relativ günstig zu bekommen. Und noch ein echtes Schwergewicht. Bisher hat Al Nasser sich ja mit den prominenten Transfers sehr auf die Offensive und aufs Mittelfeld versteift. Nun könnte auch ein Weltklasse-Innenverteidiger folgen. Denn Manchester City hat offenbar eine Offerte für den 29-jährigen Aymeric Laporte akzeptiert und der Innenverteidiger selber soll sich auch einen Wechsel zu Al Nasser vorstellen können. Bei den Citizens hat Laporte zwar noch Vertrag bis 2025, spielte zuletzt aber nicht mehr regelmäßig und er dürfte natürlich auch gehaltstechnisch ein schönes Bonbon in der Wüste bekommen. Und wir machen weiter mit einer Statistik des Tages anlässlich des Saisonstarts in der Bundesliga und der Serie A. Das heißt auch die Nummer 4 und 5 der Top-5-Ligen Europas nehmen den Spielbetrieb wieder auf. Und wir schauen in unserer Statistik mal auf die erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Top-5-Ligen. Plus alle anderen Wettbewerbe und auch die Nationalmannschaftstreffer haben wir mal mit reingenommen. Da sind auf jeden Fall wieder die ganz großen Namen mit am Start. Und wir schauen mal, wer denn überhaupt noch auf Torejagd geht von diesen 5 Jungs. Einer hat ja seine Karriere gerade beendet. Zlatan Ibrahimovic, 454 Tore in den Top-5-liegenden Wettbewerben und der Nationalmannschaft. Ja, auch Karim Benzema wird man leider nicht mehr sehen auf europäischer Bühne, da er sich ja Iti hat angeschlossen hat. Robert Lewandowski dafür. Der ist noch aktiv beim FC Barcelona und als amtierender Torschützenkönig erwartet man natürlich noch einiges von ihm. Bei Lionel Messi ist es ja so, dass er in die MLS gewechselt ist. Bis 807 Tore stehen bei ihm im 21. Jahrhundert auf dem Konto und dann ganz vorne Cristiano Ronaldo. 819 Treffer jetzt bei Al-Nassar. Das heißt, von diesen Top-5-Stürmern werden wir in der kommenden Saison noch einen bewundern dürfen. Robert Lewandowski. Und der Vollständigkeit halber mit 338 Treffern in 525 Spielen steht Harry Kane derzeit auf Platz 10. Ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr Kane in der kommenden Saison so zutraut. Und reicht es bei ihm nochmal irgendwann in die Top-5 einzuziehen? Eure Meinung interessiert uns sehr. Und am Ende haben wir noch ein paar wichtige News-Ticker-Meldungen für euch im Programm. Unter anderem schlechte Nachrichten für den FC Arsenal. Denn Neuzugang Jürin Timber, der ja für 40 Millionen Euro im Sommer gewechselt ist. Der hat sich im ersten Saisonspiel schwer verletzt. Der 22-jährige Innenverteidiger wird zeitnah operiert, da sein vorderes Kreuzband im rechten Knie gerissen ist. Der hatte sich beim 2-1 gegen Nottingham diese Verletzung zugezogen. Und wir sagen, gute Besserung. Der FC Barcelona hat einen neuen Sportdirektor und das ist kein Unbekannter. Deco hat einen Drei-Jahres-Vertrag bei den Katalanen unterschrieben. Als Spieler gewann der heute 45-Jährige die Champions League ja mit dem FC Porto und auch mit dem FC Barcelona. Etwas überraschend hat Felix Udocai doch noch beim FC Augsburg verlängert. Und zwar hat er für ein weiteres Jahr unterschrieben. Eigentlich war sein Vertrag nur noch bis 2024 gültig. Jetzt läuft er bis 2025. Es wird aber vermutet, dass er dann im kommenden Sommer wechselt und den FCA verlässt. Florian Kastenmeier war wohl heiß begehrt, hat aber trotz anderer Angebote seinem aktuellen Klub die Treue gehalten. Der Torwart verlängert bei Fortuna Düsseldorf. Ursprünglich war er noch ein Jahr unter Vertrag. Über die neue Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Und das war es für heute von Transfermarkt TV. Eure Meinung ist natürlich nach wie vor gefragt. Schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieses Video. Und dann haben wir hier noch weitere Empfehlungen von unserem YouTube-Channel für euch. Und ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Ausgabe hier bei TMTV schon wieder sehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis dahin, macht's.